Waschbecken, dreckiges Wasser, Salz und Teuge. Was haben wir hier überhaupt? Das wird schon wieder Farmhaus? Nein. Nee, Roadhouse. Ah, okay, dann weiß ich nicht welches. Äh, in der Garage ist dann gesproken. Zweigeschlossig. Hast du zweistöckige Häuser? Ja, besser als drei. Ja, nur dann. Hey. Hey, wie geht man jetzt? Ja, dazu soll ich nicht erst das Licht wieder anmachen. Kann man doch, aber... War ja leider. Ja. Noch eine haben wir auch noch nicht gefunden. Hey. Hier. 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 Den hab ich gerade abgelegt, den EMF-Räder. Ja, Fingerabdruck. Moment. Machen bitte. So, ich werd dann... Hier, oder was? Ah, hast du reingeschrieben? Hab nochmal die... Auch nochmal da. Da hab ich hier... 3,3. Genau da, wo ich mit Taschenlampe jetzt blinky blinky mache. Da ist's, oder was? Da hab ich 3,5 Temperatur. 2,4. 2,3. 5,5. 4,5. 5,5. 5,5. 5,5. 6,5. 6,6. 7,8. 8,9. 9,9. 9,9. Box definitiv, ja, ich hab nichts ausgehabt. Box definitiv, nein, kommt immer nichts erkannt. Ähm, wie? Irgendwo hat er gerade was... ...beschmissen. Aus, bei mir. Mhm. Geht doch nicht weg. Geht doch nicht weg. Ja, ich habe mich nicht weggebracht. Bumf! Ich glaub, keine Fotos... Seid ihr raus? Bitte. Ja. E. M. F. 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 F.